hallo und herzlich willkommen wieder bei die vision 2 heute etwas später da ich heute sehr lange geschlafen habe weil ich in ein paar stunden mit dem bus nach paris fahren ja ich gehe jetzt heute nicht schlafen liegt einfach daran weil ich mit dem bus sowieso ich brauche fünf stunden bis nach paris dementsprechend kann ich auch im bus kann ich habe mir sowieso ein premium kurz genommen so gut herzlich willkommen auch auf tiktok hier ist euer Beppo und es geht wieder weiter bei der vision 2 und auch für euch es gibt einen guten Grund für wieso ich heute etwas später anfangen mit dem streamen habe ich schon zu den Twitch Leuten erklärt ist einfach so dass ich in ein paar stunden den Bus nehme um nach Richtung Paris zu fahren z z z kann ich auch gleich zum nächsten thema kommen also ich werde morgen genauso wie übermorgen nicht streamen und über übermorgen also ich werde erst wieder am montag oder wartet ja morgen sind wir Samstag richtig unter ja also erst in zwei in drei tagen wird ich das geben was haben wir ja wir haben die Mission von China zu machen aber wir haben noch eine Zwischenmission das LMG die Scheiße das werde ich definitiv nicht behalten damit und ich werde es auch austauschen gegen was anderes Mensch habe ich nur LMG ist nämlich diese oder ich krieg was aus der Kiste gezogen ich krieg was aus der Kiste gezogen aber nicht was mir gefällt gut machen wir dann halt die Pumpe rein nicht gerade der Pumpenspieler ich werde das Ding auf Stabilität spielen wir machen die Pumpe rein das ist das ist das ist ja ich weiß dass mein set nicht gerade auf technik aufgebaut ist es ist mir aber momentan sehr egal da ich momentan noch aufbauen wenn ihr euch fragt wieso ich die es sich die container noch nicht gesammelt habe liegt einfach daran ich werde jetzt gleich level 40 also spätestens wenn ich China platzgebracht habe bin ich level 40 weil dann kriege ich in den Kistenwegen jetzt den Endgame Loot ist frisch ich hole mir das ist das zu glauben dass die Wohlbeer auf dem Kopf bedenkt ist dafür mach ich dich kalt verdammt der Pisser gehört mir tragbares elektronisches Gerät erkannt ja ja es stimmt wir haben viele gute Leute verloren sie waren wie Familie was ist passiert China ist passiert und wenn wir nicht mitspielen passiert es wieder scheiß drauf töten wir halt die Schlauze Ron mir gefällt das genauso wenig wie euch aber es ist eine Chance für uns wir könnten uns damit einen mächtigen Verbündeten schaffen aber eins nach dem anderen wir gehen nach downtown dort richten wir uns eine Enklave ein im Herzen des Financial Districts eine in was die Schlauze der 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 da komm du weg willst du und da kommt der nix ff 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 Was ist das? 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 es mein Schütz nehm ich aber mit zwischen Stier Wieso brenn ich? Exothermische Reaktion eingeleitet. ECHO entdeckt. Das ist zwar kein Waxix, aber das geht. Nein, das tut es nicht. Diese Mischung verteilt sich nicht korrekt unter Druck. Wir befolgen deine Anweisung. Wenn du eine andere Formel hast, nur zu. Hör damit. Genau, diese Jungs ist ein Chemiker. In ihren Akten steht was anderes. Hör auf mit dem Scheiß. Meine Instruktionen wurden ausführlich getestet. Wenn deine Jungs sie nicht befolgen können, will ich andere. Fuck! Bring die Reaktion unter Kontrolle. Das hört gar nicht aus. Dann weg damit, du Idiot. Das sieht aus, als würdest du hier Top-Qualität abliefern, Dragoff. Ach, leck mich doch. Ich störe ja nur ungern die Party, aber ich habe die Analyse von Isaacs Daten aus der Wall Street beendet. Sieht nicht gut aus. Die Anwendungsfälle schließen Aerosol-Verteilmechanismen und Virenzuchtkulturen ein. Dragoff hilft Kina bei seiner Biowaffe. Wir müssen diese ganze Operation stoppen. Agent, sichern Sie die Nordseite des Peers. Der Nachschub, den die Rikers vorbereitet haben, muss in Flammen aufgehen. Die Rikers dürfen das Zeug auf keinen Fall vom Doch schaffen. Haben Sie verstanden? Die Rikers dürfen das Zeug auf keinen Fall vom Doch machen. Das Zeug auf keinen Fall. Jeder hat einen Pan Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verschärzen Sie es sich nicht mit denen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Neue Hose. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, ich muss Stufe 40 haben, okay, dann geh ich. Hello? Ah, das scheiß Ding da! Trag mal, das elektronisches Gerät erkannt. Das war nicht so schlau! Ah! Genau da! Pfeilsicher Kontrollpunkt in der Nähe! Was für ein Angebot? Ich habe ihr gesagt, dass wir alles, was sie braucht, für sie auftreiben können, egal wie lächerlich es ist. Dass unsere Ressourcen umfangreich sind, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, seriös sind und dass wir das Zerstörte wieder aufbauen werden. Und wer sind die? Diese Information gehört nicht zum Angebot. Wenn es das ist, was sie wollen, ist die Fahrt nun vorbei. Es war schön, mit ihnen zu reden, Lau. Na schön. Dann erzählen sie mir etwas anderes und Alicia gehört ihnen. Schießen sie los. Wie genau bekommen sie Vorräte in die Stadt? Und zwar. Gegner bewacht ein Ort in der Nähe. Die Strecke sind in der Nähe. von feinden bewachte aus erkannt registrieren zusätzliche feinkontakte sich wählende feinde erkannt Ah, da ist ein Nicker. Ach du liebe Güte. Und weg ist er. Oh, Junge. Das mag ich übertreiben müssen hier. Eine bessere Knie. Eine andere Vulva. Die... 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 Die andere Vulva. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ich gerne. Eine. So, hab ich einiges Gutes bekommen. Ein LMG. Und wir natürlich auch... Oh. Stabil. Oh. 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 so was von schrecklich gespielt und das spiel nicht schrecklich Was ist das? 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 Ich hab mir da etwas. Das treмо fede Was ist das? Die Tarnung drauf Und natürlich auch wenn das wie sie richtig geil ist und mir richtig hat den bonus gibt so ich hier lieber auf präzision ja gut da kann ich nichts machen das feld hat nur noch nicht das teil hier machen müsste ich level fertig sein ja Bloh. 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 Ban. Bloh. Das war's. 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 China. Das war's. Das war's. Das war's. aktiviert. Das war's. ... 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 Was denn? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da kann ich das hier bei dem Bögel. Vielen Dank. 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 So, I had read that Washington is an artemisch-volleyer with watermelons. with watermelons. So, you know, this is like growing. Washington is growing. Okay. 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 So, meine liebe Leute, ich gehe jetzt mal einer rauchen und dann gucken wir, was wir als nächstes weiter machen. Okay. Okay. So, das ist wie cool. Vielen Dank. 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 Bye... Bye... ... ... ... ...... ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ............ ............ ............ ......... Was? Okay. Okay. Wow. Okay. Okay. So cool. Wow. Cool. Cool. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's.